Hallo und Willkommen zur abendlichen Stunde in der Markraff-Piesker-Kirche. Unsere Orgelkonzerte, die in den Abendstunden stattfinden, sind deshalb immer besonders schön und anrührend, weil die Abendsonne so wunderschön durch unsere Markraff-Piesker-Fenster schaut. Die Kirche steht ja falsch rum. Wir wollen euch einladen zu unserem Livestream-Gottesdienst, jetzt an diesem Mittwoch um 19.19 Uhr mit Martin Schulze. Er wird fünf Lieder für uns spielen, von Mittwoch bis Ostermontag, also aus der Passionszeit hinein in die Osterzeit.